Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine läuft nicht so, wie es sich der Kreml wahrscheinlich vorgestellt hat. Seit zwei Jahren läuft nun die volle Invasion und seit zwei Jahren unterstützt der Westen die Ukraine mit modernen Waffensystemen. Und diese Unterstützung des Westens, die hat bei vielen Beobachtern zur Frage geführt, wann ist es Russland genug? Wann würde Russland diese Situation als militärisch so aussichtslos anerkennen, dass es so weit wäre, Nuklearwaffen einzusetzen? Und vielleicht sind wir der Antwort auf diese Frage ein bisschen näher gekommen. Denn Ende Februar 2024 hat die Financial Times geleakte russische Dokumente veröffentlicht. Und in diesen Dokumenten geht es unter anderem um einen potenziellen Krieg zwischen Russland und China. Aber, das ist wahrscheinlich noch sehr viel interessanter, was wäre die rote Linie für Russland, um Nuklearwaffen einzusetzen? Und im heutigen Video wollen wir uns die Inhalte dieser Dokumente mal anschauen und gehen der Frage nach, wann würde Russland Atomwaffen einsetzen? Die Dokumente, von denen wir reden, die stammen aus den Jahren 2008 bis 2014. Sie sind also nicht total up to date, aber sie sind aktuell genug, dass wir Rückschlüsse auf die sehr wahrscheinliche aktuelle Einstellung des Kremls und Wladimir Putins machen können. Und bevor wir jetzt dazu gehen, die Inhalte dieser Dokumente anzuschauen, ist es noch ganz wichtig, dass wir kurz einen Blick auf Atomwaffen und ihre Klassifizierung werfen. Es gibt nämlich einen wichtigen Unterschied zwischen taktischen und strategischen Atomwaffen. Das ist ganz wichtig. Strategische Atomwaffen, das sind die Städtezerstörer. Das sind die großen Bomben mit der Sprengkraft von Millionen von Tonnen von TNT, von Dynamit. Und die sind meist auf Interkontinentalraketen montiert. Das bedeutet also, die sind so die letzte Rückversicherung für eine gesicherte gegenseitige Zerstörung. Die sind riesengroß und die haben eigentlich auch kaum Verwendungszweck auf einem normalen Schlachtfeld, weil ihre Zerstörungskraft einfach so groß ist, dass sie ganze Landesteile verstrahlen könnten. Dann gibt es aber auch noch die taktischen Nuklearwaffen. Und das sind die, um die es hier in diesen Leaks am meisten geht. Taktische Nuklearwaffen sind kleinere Atombomben, die dafür konzipiert sind, sie wirklich auch auf dem Schlachtfeld einzusetzen. Etwa gegen Truppenmassierungen, Panzertruppen, Infanterie und so weiter. Und ich sage jetzt, die sind kleiner, aber es sind immer noch Atomwaffen. Bitte nicht falsch verstehen. Auch moderne taktische Atomwaffen, die nicht dafür da sind, ganze Städte zu vernichten, könnten immer noch kleinere Städte vernichten. Die sind meist immer noch stärker als die Atomwaffen, die die Amerikaner 1945 auf Hiroshima und Nagasaki abgeworfen haben. Also wir reden hier immer noch von dem Äquivalent von Tausenden und Zehntausenden und sogar Hunderttausenden von Tonnen TNT. Also unfassbare Zerstörungskraft, auch bei den vermeintlich kleineren Atomwaffen. Und jetzt gehen wir zur russischen Nuklearstrategie. Da gibt es den Begriff der nuklearen Deeskalation. Und wenn ihr jetzt glaubt, das sei ein seltsamer Begriff, ihr habt vollkommen recht. Denn er bedeutet mehr oder weniger, dass Russland im Zweifelsfall einen Krieg zu einem Atomkrieg machen würde, um den Krieg zu deeskalieren. Und was bedeutet das? Wenn Russland das Gefühl hätte, dass sich ein Krieg weiterentwickelt, dass er schlimmer wird, dass er eskaliert und aus russischer Sicht bedeutet das, dass Russland verlieren könnte, dann ist die Strategie Russlands, dass Russland als erstes auch taktische Nuklearwaffen einsetzen würde, um eben den Gegner zu verunsichern, ihn einzuschüchtern und dazu zu führen, dass dieser Krieg aufhört. Und eben dadurch nuklear deeskaliert wird. Die Frage ist nun, was wären die roten Linien für Russland, um eben so weit zu gehen und taktische Nuklearwaffen einzusetzen? Und die von der Financial Times geleakten Dokumente, die beinhalten unter anderem Planspiele, wie schon gesagt, für einen Krieg, bei dem sehr wahrscheinlich China Russland angreifen würde, aber eben auch Präsentationen für Marineoffiziere, in denen dargelegt werden soll, ab wann damit zu rechnen ist, dass Russland taktische Atomwaffen einsetzen würde. Und da sind ein paar Szenarien beschrieben. Etwa, dass feindliche Truppen auf russischem Gebiet landen, also eine Invasion, dass russische Einheiten besiegt würden, die dafür verantwortlich sind, die Grenzen zu schützen, oder dass ein Angriff mit konventionellen Waffen auf Russland unmittelbar bevorstehe. Und in diesen Folien, da ist die Rede davon, dass es eine Kombination von Faktoren gibt, bei denen die Verluste der russischen Streitkräfte unniederruflich dazu führen würden, dass sie eine größere feindliche Aggression nicht aufhalten können und dass das zu einer kritischen Situation für die staatliche Sicherheit Russlands führen würde. Es gibt da noch ein paar weitere Bedingungen und die sind tatsächlich zum Teil erstaunlich konkret benannt. Russland würde laut dieser Präsentation taktische Nuklearwaffen einsetzen, wenn 20 Prozent der russischen strategischen U-Boote mit ballistischen Raketen zerstört wären. Strategische Atom-U-Boote, das ist was ganz Wichtiges und Relevantes für die großen Atommächte, also gerade für Russland und auch für die USA. Das sind nämlich riesengroße U-Boote, die praktisch die ganze Zeit irgendwo in den Weltmeeren unterwegs sind und sie sind bestückt mit Interkontinentalraketen mit großen strategischen Atomsprengköpfen. Das bedeutet, dass wenn ein Land, wie zum Beispiel die USA, Russland nuklear angreifen würde, um dafür zu sorgen, dass Russland seinerseits nicht mehr Atomwaffen abschießen könnte und angenommen selbst das komplette russische Kernland wäre vernichtet, dann gäbe es immer noch diese U-Boote, die irgendwo in den Weltmeeren unterwegs sind und als Rache diese Interkontinentalraketen abschießen könnten. Und damit ist eben diese gegenseitige Zerstörung gesichert. Deswegen sind diese Atom-U-Boote sehr, sehr wichtig für die Abschreckung eines potenziellen Feindes. Weitere rote Linien für den Einsatz von Atomwaffen wären laut diesen Dokumenten, dass 30% der atomgetriebenen Angriffs-U-Boote vernichtet würden. Das sind jetzt keine mit Interkontinentalraketen ausgestatteten U-Boote, sondern U-Boote, die andere U-Boote angreifen sollen, aber mit einem Nuklearreaktor angetrieben werden und dadurch sehr lange unter Wasser bleiben können. Auch die Zerstörung von drei oder mehr Kreuzern würde diese rote Linie bis zum Atomkrieg überschreiten. Auch die Zerstörung von drei Flugplätzen oder ein gleichzeitiger Treffer auf die Haupt- und Reservekommandozentralen an der Küste. So viel zu dem Inhalt dieser Dokumente von 2008 bis 2014. Man muss dazu sagen, das sind Schulungsunterlagen sehr wahrscheinlich. Es bedeutet nicht, dass es 100%ig so kommen würde, dass wenn drei russische Kreuze zerstört wären, dass dann ein Atomkrieg kommen würde. Aber das ist zumindest das Szenario, das russische Marineoffiziere vorgespielt bekommen haben. Wladimir Putin, der russische Präsident, sagte im Juni 2023, dass er den Einsatz von taktischen Nuklearwaffen negativ empfinde. Hat aber gleichzeitig auch gesagt, dass Russland eine größere Streitmacht an taktischen Nuklearwaffen hätte als die NATO-Länder. Er hat dann sehr flapsig auch mehr oder weniger gesagt, die können mich mal am Arsch lecken, sinngemäß. Und die USA schätzen, dass das auch stimmt und dass Russland mindestens über 2000 taktische Nuklearsprengköpfe verfügt. Und weiter hat Wladimir Putin gesagt, dass es für Russland zwei Gründe gäbe, um Atomwaffen einzusetzen. Erstens als Vergeltung für einen nuklearen Erstschlag durch einen Feind. Und da muss man dazu sagen, das ist gängige nukleare Praxis. Das ist so der Hauptgrund, warum irgendwelche Länder Atomwaffen haben. Das sehen die USA genauso, das sieht Frankreich genauso, das sieht Großbritannien genauso und so weiter. Also Vergeltung für einen nuklearen Erstschlag ist nichts Ungewöhnliches. Aber er hat auch gesagt, dass Russland Nuklearwaffen einsetzen würde, wenn die Existenz Russlands als Staat bedroht sei, selbst wenn konventionelle Waffen eingesetzt würden. Und das ist deutlich interessanter, weil das bedeutet, Russland würde auch als erstes Atomwaffen einsetzen, wenn der Kreml der Meinung wäre, dass die Existenz Russlands als Staat bedroht sei, was auch immer das meinen würde. Putin hat noch hinzugefügt, dass er keines dieser beiden Kriterien als sehr wahrscheinlich erachtet und hat auch Forderungen von Hardlinern zurückgewiesen, dass man diese roten Grenzen, diese roten Linien noch weiter herabsenken müsste. Der Einsatz von taktischen Nuklearwaffen gegen die Ukraine wird von Experten also als eher unwahrscheinlich erachtet. Ganz einfach, weil die Ukraine selbst keine Atomwaffen hat und nicht militärisch die Mittel hat, nicht mächtig genug ist, Russland selbst zu bedrohen. Bei einem Krieg zwischen Russland und den USA oder Russland und China allerdings, da wäre diese Hemmschwelle wahrscheinlich niedriger, denn dort greift dann wieder diese Idee der nuklearen Deeskalation. Denn ein Krieg zwischen Russland und China oder Russland und den USA hätte zweifelsohne das Potenzial, dass es sich zu einem sehr viel größeren und für Russland bedrohlicheren Krieg entwickeln könnte. Und in diesem Kontext ist es auch interessant, wenn man sich diese Unterlagen, diese Gelegten anschaut, dass eben auch potenzielle Konflikte zwischen Russland und China eingeübt wurden. Und natürlich nennt man diese Länder da nicht Russland und China, sondern man spricht von der nördlichen Föderation, also Russland, und einem potenziellen Angriff von Süden her. Und auch da sind die Einsätze von taktischen Nuklearwaffen praktisch vorgeplant, um eine zweite Angriffswelle vom Süden aus zu unterbinden. Russland und China haben in den letzten Jahren, auch seit 2014, sehr stark zusammengearbeitet, gerade seit Xi Jinping an der Macht ist dort. Es ist kein Militärbündnis zwischen Russland und China, nicht in dem Sinne, wie es die NATO etwa ist, aber die beiden Staaten arbeiten zusammen und unterstützen sich. Russland ist dabei eher der Juniorpartner, weil China einfach sehr, sehr viel mächtiger ist wirtschaftlich. Aber nichtsdestotrotz hat Russland nach wie vor viele Atomwaffen auch an der Grenze zu China stationiert. Und zwar Atomwaffen, die auf Trägersystemen, also auf Raketen montiert sind, die nirgendwo hinreichen würden, außer gegen China. Und das hat auch ein bisschen mit der Geschichte zu tun. Es gab mehrere Kriege zwischen Russland und China, auch während des Kalten Krieges. In den 60ern kam es zu einem Krieg, zu einem Grenzkrieg zwischen Russland und China. Das war kein besonders großer Krieg, aber trotzdem genug, dass Russland noch immer nukleare Waffen an der Grenze zu China positioniert hat, um auf alle Eventualitäten vorbereitet zu sein. So, mal wieder ein sehr schönes optimistisches Thema, Atomkrieg in Europa. Ich danke euch trotzdem, dass ihr dabei wart und ich hoffe, die Informationen, die ich euch in diesem Video liefern konnte, die tragen dazu bei, dass ihr selber eure Meinung bilden könnt und die Neuigkeiten, die News, die ihr erfahrt, besser einordnen könnt. Ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Ich freue mich. Bis dann und ciao.